So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, danke für sein Teil und herzlich willkommen. Ich habe ein leichtes Grinsen auf den Lippen, weil es mal wieder so lächerlich ist, was jetzt hier geäußert wird. Und von dem Herrn Wanderwitz, unserem geliebten Ostbeauftragten, ich frage mich immer noch, warum braucht man einen Ostbeauftragten? Ich habe das Gefühl, der Mann ist dafür da, um die Leute im Osten niederzumachen, zu degradieren und einfach nur schlecht über sie zu reden. Oder was ist da jetzt der produktive Part seiner Arbeit? Aber er wurde ja bestellt von der Frau Merkel und offensichtlich, laut ihr, macht er ja auch einen guten Job. So heißt es in der Welt, Zitat, Ostbeauftragter sieht klaren Zusammenhang zwischen niedriger Punkt-Punkt-Punkt-Quote und AfD-Zustimmung. In Ostdeutschland sind bisher weniger Menschen gegen das große C mit dem G behandelt, als im Westen. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz von der CDU erklärt das mit dem Zusammenhang zur AfD. Wissenschaftlich belegt ist der Zusammenhang, aber bisher nicht. Und das ist wieder mal so einfacher Bullshit, ganz ehrlich. Also solche Zusammenhänge, wie kommt man darauf hin und her? Und nochmal, was ist seine wirkliche Aufgabe? Er dient dazu, irgendwie nur um die Ostdeutschen fertig zu machen, da zu versuchen, irgendwelche Probleme zu finden, wo gar keine sind. Und ich habe jetzt mal probeweise geguckt. Ich habe mal hier vom RKI das Dashboard auf. Das Dashboard haben wir lange nicht mit einem Livestream angeguckt, können wir auch mal gerne wieder machen. Ist ganz interessant nämlich zu sehen. Wenn man sich die 7-Tage-Inzidenz nämlich jetzt anguckt, liegt die 7-Tage-Inzidenz Deutschland bundesweit bei 27,6. Merkt euch die Zahl, 27,6. Jetzt hat er ja gesagt, ja, Zusammenhang zwischen ohne großem G behandelt und der Ostdeutschen, wer mit der AfD zusammen, dadurch wäre weniger los da. Sagen wir es mal so in der Richtung. Ihr merkt das, ich muss mich immer scheiße ausdrücken bei diesem Wort. So, und dementsprechend müsste es ja eigentlich so sein, dass 27,6 die durchschnittliche Inzidenz auf 7 Tage im Osten eigentlich höher ist. Wäre doch die logische Folge, wenn dort weniger Menschen mit dem großen G behandelt wurden. Oder sehe ich das falsch? Gucken wir doch mal probeweise. Meckpom, 18,8. Was haben wir hier noch für Bundesländer? Thüringen, 6,7. Sachsen-Anhalt, 8,6. Sachsen, 9,8. Brandenburg, 15,9. Ist doch irgendwie komisch. Das ist doch ein Widerspruch. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Rheinland-Pfalz gucken, 22,8. Nordrhein-Westfalen hier bei mir, 41,4. Niedersachsen, 20,7. Oder auch Hamburg, 63,4. Oder auch Bremen, 28. Berlin mit 44 mit dabei. Schleswig-Holstein, 48. Also irgendwas passt da ja nicht zusammen in seine Argumentation. Vielleicht habt ihr eine Vermutung, die ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben könnt. Ich finde es einfach nur lächerlich. Dieser Posten und dieser Mann sollten, den brauchen wir doch nicht. Also für solch eine Aktion, die er jetzt hier wieder am Starten ist, braucht man diesen Mann doch wirklich nicht. Oder sehe ich das falsch? An der Stelle nochmal kleiner Hinweis hier, kleine Werbung an der Stelle. NRV Life, Vitalstoffkonzentrat mit zahlreichen Vitaminen. Zum Beispiel alle Vitamine aus dem B-Bereich. B1, B2, B12, B6 sind hier komplett dabei. Mache ich mir hier immer so ein Glas Wasser. Schmeckt wirklich super lecker. Und damit bedient man seinen Vitaminbedarf täglich. Und das ist eine klasse Sache. Hier ist natürlich auch Vitamin D3, also Sonnenvitamin drin. Vitamin K2 natürlich auch, besonders das soll man ja in der Verbindung nehmen. Also wirklich eine ganz, ganz umfangreiche Liste an Inhaltsstoffen, die hier bei ist. Guckt es euch gerne mal an. Ich verlinke es euch unterhalb des Videos. Dann bekommt ihr nämlich auf die Erstbestellung auch nochmal 10% Rabatt. Danke für die Unterstützung. Die nächste Nachricht weiß ich nicht, ob ich es sehr ernst nehmen soll oder ob es doch ironisch gemeint ist. Also ich mag den Mann. Von seiner Art her, von der Persönlichkeit bin ich ein Freund von Wolfgang Kubicki im Geiste. Also wirklich. Der Mann ist eloquent. Der kann sich durchsetzen, der kann argumentieren, der bleibt sachlich. Das macht er wirklich ganz toll. Kann sich auch gut ausdrücken etc. pp. Also da kann man ihn wirklich loben. Jetzt hat er wieder mal einen Artikel hier verfasst, selber bei der Welt. Bundesregierung verlässt den Rahmen, den sie sich selbst hat schreiben lassen. FDP-Vize Kubicki prüft regelmäßig die C-Politik der Regierung. Prüft die Politik der Regierung. Jetzt sieht er rechtliche Maßstäbe erneut außer Kraft gesetzt. Es geht darum, mit welchen Szenarien hantiert wird als Basis für massive Grundrechtseingriffe. Stichwort Überlastung des Gesundheitssystems. Und klar, er lässt sich hier wieder über die Thematik aus, dass die Maßnahmen zu weit gehen, dass das Grundgesetz hier missachtet wird. Man hat es geändert und so weiter und so fort. Man regiert hier quasi in Dauerschleife mit drakonischen Maßnahmen. Aber Herr Kubicki, was ist daran neu? Das sagt der Mann seit nunmehr circa einem Jahr. Das sagt er doch seit einem Jahr oder auch andere Artikel, die er hier verfasst hat. Zitat. Mit dieser Antwort erklärt die Regierung den eigenen Gesetzentwurf verfassungswidrig. Oder weiteres Zitat. Kanzlerin hat sich Dinge angemaßt, die ihr nicht zustanden. Weiteres Zitat. Mit extrem heißer Nadel gestrickt und in Teilen rechtswidrig. Weiteres Zitat. Ich halte das in einem Rechtsstaat für höchst problematisch. Oder Söder hat die höchsten Todesraten zu verantworten. Etc. pp. Also die Kritik ist gut, die Kritik ist vorhanden. Aber es passiert nichts. Leute, wie oft will er das jetzt noch machen? Wie oft will er das noch machen? Wann kommt es endlich, dass sich endlich jemand mit seinem Format, er hat ja ein Gewicht, er hat ja eine Stimme, ist ja Bundestagsvizepräsident, beim Rednerpult und nicht bei der Welt mal auslässt oder in anderen Zeitungen, sondern dort mal auf den Tisch haut und sagt, das geht so nicht weiter, das kann nicht sein. Vielleicht mal eine Normenkontrollklage versucht durchzusetzen. Okay, ich weiß, das Abendessen hat ja im Bundesverfassungsgericht offensichtlich gut geschmeckt, sodass die mit auf Merkel-Linie sind. So vermutet man ja mittlerweile. Nichtsdestotrotz, solche Aktionen würden wenigstens Aufmerksamkeit machen. Aber nein, was sehen wir? Wir sehen, dass unsere Bevölkerung in Deutschland, ein großer Teil davon, und da glaube ich den Umfragen, schaut sie euch an, dass ein großer Anteil der Bevölkerung noch schlimmere, noch härtere Maßnahmen priorisiert und unbedingt haben möchte. Woher kommt das? Weil Fehlinformationen vorhanden sind. Woher kommt das? Weil der Öffentlich-Rechtliche ganz klar in einer Richtung unterrichtet, ja, unterrichtet ist eigentlich der richtige Begriff, und freie Medien, die gehen hin, also private Medien, die berichten absolut unkritisch, abgesehen von der Welt, im Fokus, mal so, mal so, und ne Bild. Und das ist Wahnsinn, dass man sowas hier sagen muss, dass es diese kritischen Berichterstattungen einfach nicht mehr gibt, sondern alles stillschweigend hingenommen wird, ohne es zu hinterfragen. Und nochmal, Wolfgang Kubicki auf Bundesebene hätte da große Möglichkeiten, was zu tun, aber nein, im Gegenteil, in drei Bundesländern in Deutschland selbst, dort werden diese Maßnahmen auf Landtagsebene ja auch getragen und unterstützt, und das alleine ist doch schon ein Widerspruch für seine Politik, für sein Vorgehen, das nicht in richtige Bahnen zu lenken, oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinung unten rein, weil, was soll noch passieren? Er kann das jetzt noch siebenmal weiterhin machen, wird er auch tun, aber es ändert ja nichts. Das, was sie für einen Vorteil haben, klar, die werden ein paar Stimmen jetzt hier für die Bundestagswahl damit generieren, mit so einem konservativen Kubicki, der ähnlich ist zu einem Palmer wie bei den Grünen oder ein Sarrazin bei der SPD und so weiter, da gibt es mit verschiedenen Parteien immer verschiedene Beispiele, aber er könnte wirklich massivst auf Stimmenfang gehen für die FDP in exorbitanter Höhe, wenn da wirklich mal was passieren würde. Davon bin ich überzeugt. Als nächstes gehen wir auf den vielleicht eventuellen neuen Kanzler in der Bundesregierung, und das könnte tatsächlich laut aktuellen Umfragen Olaf Scholz werden. Es steht um ihn als Person und auch für seine Partei ganz gut aktuell in Umfragen, vor ein paar Wochen sah das Ganze ja noch anders aus, und wie pervers ist dieser Wahlkampf eigentlich? Um was für einen Schwachsinn dreht sich dieser Wahlkampf, Leute? Es dreht sich um unwichtige Themen wie Gendern, wie was weiß ich, andere Themen, die auch nicht solche Relevanz haben, wie für die Themen, die wirklich wichtig sind. Rente beispielsweise ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht mal, dass die Steuerlast gesenkt wird für uns alle Bürger, damit wir hier besser leben können, etc. pp. Aber nein, in der aktuellen Politik dreht es sich beispielsweise um eine Currywurst. Richtig. Und so heißt es nämlich jetzt hier in einem interessanten Interview von Olaf Scholz zur Debatte um den Genuss von Currywürsten, die Volkswagen aus seiner Kantine im Stammberg Wolfsburg verbannt hat, hat der eine oder andere mitbekommen. Heißt es nämlich, Zitat von Scholz, ich finde, dass jeder seine Currywurst essen darf, und ich bin dagegen, den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen. Wenn sie finden, Currywurst ist klasse, dann sollen sie sie essen. Jetzt überlegt euch das mal. Womit kann man heutzutage im Jahr 2021 in Deutschland auf Stimmenfang gehen? Über Currywurst. Dafür, dass man sagt, jo, ich würde euch die Currywurst nicht verbieten. Ich bin nicht wie die Grünen. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt keine Currywurst mehr habt, sondern bei mir dürft ihr Currywurst essen. Sag mal, Leute, was ist denn das für ein Bullshit? Also jetzt mal ganz im Ernst. Das hat doch nichts mehr mit der Realität in diesem Land hier zu tun, dass auf der einen Seite Parteien es gibt, die solche Sachen verbieten möchten. Veggie Days, damals von den Grünen, wollte, wollten sie ja einführen und so weiter. Jetzt hier, dass ein Scholz damit wirbt, ja, bei mir, wenn sie mich melden, dürfen sie Currywurst weiter essen. Also, sorry, aber das hat nichts mit sonst, ich muss mich enthalten, es hat nichts mit der Realität zu tun. Sagen wir es so, sonst kriege ich hier Post von irgendwelchen Anwälten. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, Leute. Sorry, wenn ich diese Phrase immer wieder wiederhole, aber sie ist so passend einfach für diese aktuelle Situation, dass man sich vorkommt, hier in dem Raum sind komplett Matratzen an der Wand und du willst einfach nur gegen die Wände laufen. Einfach gegen die Wände laufen, um diesen ganzen Schwachsinn nicht mehr zu verstehen und mitzubekommen. Ja, so verstehen tue ich ihn sowieso nicht. Das ist nur eine Sache nebenbei. Okay, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Kommentar unten rein, Daumen hoch natürlich dafür, abonnieren nicht vergessen, guckt euch die Kanalmitgliedschaft gerne an, damit könnt ihr mich unterstützen, das wäre sehr cool. Abonnieren nicht vergessen, habe ich gerade schon gesagt. Alles bleibt scheiße, bis zum nächsten und ciao.